Die Portland Trailblazers sind eine Mannschaft der nordamerikanischen Basketball-Profil-Liga NBA. Ursprünglich trug das Franchise seine Heimspiele im Portland Memorial Coliseum aus, seit 1995 im Moda Center in Portland, Oregon. Das Team kam bisher dreimal in die Finals der Playoffs und gewann dabei die NBA-Meisterschaft einmal im Jahr 1977. Geschichte Am 6. Februar 1970 wurden die Trailblazers in die NBA aufgenommen, nachdem sie 3,7 Millionen US-Dollar dafür bezahlt hatten. Ursprünglich war der Teamname Portland Pioneers vorgesehen, aber da es bereits Teams im College Sport gab, die denselben Namen führten, einigte man sich auf den heutigen Namen. Das ursprüngliche Logo der Blazers zeigte ein windradförmiges Logo, in dem fünf schwarze Spirallinien von oben links in fünf rote Spirallinien unten rechts münden. Dies symbolisiert den Basketball-Sport mit dem Wettkampf zweier fünfköpfiger Teams. In späteren Versionen wurden die schwarzen Linien grau, das Grundprinzip blieb aber bestehen. Die Blazers traten 1970 mit den Cleveland Cavaliers und den Buffalo Braves in die NBA ein. Die ersten Jahre waren von Erfolglosigkeit geprägt. Die Playoffs wurden, trotz junger Talente wie Geoff Petry und Sidney Wicks regelmäßig verpasst. 1972 erhält man den ersten Pick im NBA-Draft und wählte LaRue Martin, der nie die Erwartungen erfüllen konnte. 1974 erhielten die Blazers über den NBA-Draft ihren ersten Starspieler Bill Wolten. 1976 stießen ABA-Star Mauritze Lukas und Trainer Jacques Remsi zu den Blazers. Wicks und Petry verließen dagegen die Blazers. Mit den beiden neuen und Bill Wolten begann der Aufschwung der Blazers, sodass im Jahr 1977 die Blazers im Finale die Philadelphia 76 erst mit 4 zu 2. Nachdem Philadelphia nach zwei Spielen 2 zu 0 geführt hatte, besiegten einen 0 zu 2-Rückstand in einem NBA-Finale zu drehen, war bisher erst wenigen Vereinen geglückt. Woltens verließ die Blazers 1978, nachdem er mehrere Verletzungen erlitten hatte, in Richtung San Diego Clippers. 1980 verließ auch Lukas das Team. Im Draft 1983 wählte man an 14. Stelle Clydes Drexler aus. Dieser entwickelte sich zu einem der Superstars der 80er und führte die Blazers regelmäßig in die Playoffs. Die Blazers bauten um ihn mit Spielern wie Kevin Duckworth, Jerome Kersey, Terry Potter, Kiki Van de Wecky und Fett Lever ein schlagkräftiges Team auf. Im Jahr 1984 hatten die Blazers den zweiten Draft-Pick und wählten damit Sam Bowie und nicht Michael Jordan, den die Chicago Bulls nach ihnen wählten. Dies wurde später von vielen Kritikern als größte Fehlentscheidung beim Draft aller Zeiten eingestuft. Auf der anderen Seite wählte man im NBA-Draft 1986 mit dem Litauer Avidas Sabonis und dem Kroaten Drazin Petrovic die ersten europäischen Stars. Die später in die NBA gewechselt sind. 1988 kaufte der Milliardär Paul Allen den Verein und das Team kam in den Jahren 1990 und 1992 in die Finals der Playoffs. Verlor 1990 gegen die Detroit Pistons und 1992 gegen die Chicago Bulls. 1995 verließen die Blazers das alte Portland Memorial Coliseum und spielten ab diesem Zeitpunkt in der neuen Rose Garden Arena. Drexler verließ nach elf Jahren die Blazers und wurde zu den Houston Rockets verkauft. Auch Potter, Kersey, Buck-Williams und Clifford Robinson wechselten nacheinander das Team. Trotz des Umbaus blieben die Blazers weiterhin ein beständiger Playoff-Kandidat. Die Trailblazers hatten um die Jahrtausendwende eine der talentiersten Mannschaften überhaupt und waren nahe am NBA-Titel dran. In den Jahren 1999 und 2000 erreichten Portland die Conference Finals, in denen sie an den San Antonio Spurs bzw. Los Angeles Lakers scheiterten. In den drei darauffolgenden Saisos schieden die Blazers in der ersten Playoff-Runde aus. Zur gleichen Zeit gerieten diverse Portland-Spieler mit dem Gesetz in Konflikt, was der Mannschaft den zweifelhaften Spitznamen Jailblazers einbrachte. Leistungsträger wie Rashid Wallace, Isayah Reider, Bonzi Wels und Demonstu Damire. Aber auch Bankspieler wie Ruben Pettersson oder Kintel Woods waren involviert. Anschließend wurde mehrmals das halbe Team ausgetauscht. Zwischen 2003 und 2008 erreichte die früher so erfolgreiche Franchise kein einziges Mal mehr die Playoffs. Im Jahr 2005 ging das Rosegarden-Stadion aufgrund des Bankrotts der Oregon Arena Corporation an einige Investmentfirmen. 2007 kaufte Paul Allen das Stadion erneut, nachdem der damalige Manager gefeuert worden war. Beim NB-Draft 2006 holten sich die Blazers via Trades die College-Stars Lamarcus Aldridge von den Chicago Bulls und Brandon Roy von den Minnesota Timbao-Wulvis. Beide Spieler etablierten sich schnell zu Schlüsselspielern in der Rotation. Roy gewann die Auszeichnung des Rookie of the Year. Trotz Steigerung der Bilanz verpassten die Trailblazers die Playoffs. Die Blazers gewannen die Draft-Lotterie zum NB-Draft 2007. Damit hatten sie das erst recht bei der jährlichen Talente-Wahl. Die Wahl fiel auf Greg Oden, der als eines der größten Center-Talente der letzten zehn Jahre galt. Jedoch verletzte sich Oden vor Beginn des ersten Saisonspiels und fiel die gesamte Saison aus. Die Blazers konnten den Ausfall gut kompensieren. Durch die Leistungssteigerungen von Roy Altric, Travis Outlow und Martell Webster konnten sie erneut die Bilanz verbessern. Jedoch scheiterte die Blazers knapp an der Playoffs-Qualifikation. Mit einem wieder genesenen Oden starteten die Mannschaft aus Oregon mit viel Vorschusslorbeeren in die neue Saison. Zum ersten Mal nach fünf Jahren erreichten sie die Playoffs, jedoch kamen sie über die erste Runde nicht hinaus. Die Saison 2019 begannen die Blazers vielversprechend. Ehe sich Greg Oden am 5. Dezember 2009 die Kniescheibe brach und nicht mehr im Trikot der Blazers auf das Spielfeld zurückkehrte und im Jahre 2012 von diesen entlassen wurde. Im Nachhinein betrachtet wurden die Blazers, wie schon bei der Wahl Sam Bois, auch für die Wahl Odens kritisiert. Da man auch Kevin Durant hätte nehmen können. Die Blazers erreichten erneut die Playoffs, mussten jedoch auf Brendan Roy verzichten, der zuvor eine schwere Verletzung am rechten Knie erlitten hatte. Entsprechend folgte wieder das aus in der ersten Runde. Als Ersatz für den verletzten Roy verpflichteten die Blazers Wesley Matifs von den Utah Jazz. Trotz des Ausfalls von Oden und des körperliche stark eingeschränkten Roy konnten die Blazers erneut die Playoffs erreichen. Dies war vor allem den Leistungsexplosionen von Altric und Matifs geschuldet sowie der Verpflichtung von Gerald Wallace. Im Juni 2011 konnten die Blazers Poole-Gardt-Reyment-Fütten von den Denver Nuggets verpflichten. Nachdem ein Lockout in der NBA im Dezember beendet werden konnte, erklärte Brendan Roy aufgrund von anhaltenden Knieproblemen. Seinen Rücktritt vom Profi-Basketball-Sport. Die Blazers reagierten darauf und verpflichteten Jamal Crawford von den Atlanta Hawks. Mitte März 2012 wurde Greg Oden entlassen und mit ihm Trainer Nate MC Millen. Karl Epp-Kanalis übernahm MC Millens Aufgaben bis auf weiteres. Außerdem trennten sie sich von Marcus Kemby und Gerald Wallace. Für Kemby kamen Hashim Tabet und Johnny Flynn von den Houston Rockets und für Wallace Mehmet Okur und Sean Williams von den New Jersey Nets. Williams und Okur absolvierten jedoch kein einziges Spiel für die Blazers. Die Blazers erreichten die Playoffs 2012 nicht. Im Sommer 2012 verließen Raymond Fütten und Jamal Crawford die Mannschaft. Über den NBA-Draft 2012 verstärkten sie sich mit den Lotterie-Picks Damian Lillard und Myers Leonard. Ebenso verpflichteten die Blazers die Europäer Viktor Klava und Joel Frieland, dessen Rechte sie sich in den vorherigen Draft sicherten. August 2012 wurde mit Terry Stotz zudem ein neuer Head-Coach vorgestellt. Im Vergleich zur Vorsaison erreichten die Trail Blazers zwar eine deutlich bessere Bilanz. Eine Qualifikation für die Playoffs gelang in der Saison 2012 dreizehntel nicht. Lillard wurde für seine Leistung zum Rookie of the Year ernannt und ist damit nach Joff-Petri, Sidney Wicks und Brandon Roy der vierte Blazer, der diese Auszeichnung entgegengenommen hat. In der Saison 2013 vierzehntel gelang es den Blazers sich wieder für die Playoffs zu qualifizieren. Man zog in die zweite Playoffs-Runde ein, wo man dem späteren NBA-Meister San Antonio Spurs unterlag. Mit Lillard und Altric wurden zwei Blazers-Spieler zum NBA All-Star-Game eingeladen. In der Saison 2014-15 konnte man zum ersten Mal seit 1999 den Divisions-Titel gewinnen und qualifizierte sich für die Playoffs, wo man den Memphis Grizzlies in der ersten Runde unterlag. Nach der Saison verkündete Starspieler Raal Tritsch, dass er sich den San Antonio Spurs anschließen wird. Somit wurde in Portland ein Neuaufbau eingeleitet, bei dem auch die Starter Robin Lopez, Wesley Matevs und Nicolas Batum das Team verließen. Entgegen aller Erwartungen qualifizierten sich die Blazers mit 44 Siegen für die Playoffs 2016. Zu verdanken war dies unter anderem dem scoringstarken Backcourt aus T.J.M.C. Colum, der zum meistverbesserten Spieler der Saison ausgezeichnet wurde und Lillard, der mit über 25 Punkten im Schnitt die Blazers als Scorer anführte. In der ersten Playoff-Runde bezwang man überraschend die Los Angeles Clippers. In der nächsten Runde folgte gegen den Meister Golden State Warriors nach fünf Spielen das aus aktueller Kader, Ehrungen und nennenswerte Leistungen, Statistiken.